Heute geht es um erfolgreich sein. Heute geht es um dein Licht zu den Leuten zu bringen oder auch zu deinem Licht zu stehen, zu deiner Kraft zu stehen, Veränderungen zuzulassen und ich erlebe es ja immer wieder, dass Leute unter ihrem Potenzial einfach dahin dümpeln und die Zeit vergeht und ein Tag folgt dem nächsten. Man hat wieder nicht das Gefühl, wirklich etwas weitergebracht zu haben oder aktiv geworden zu sein oder hat ein ungutes Gefühl, wenn man sich zurückhält. Und heute schauen wir uns das mal an und wir werden heute ganz bewusst einmal unseren inneren Mann anschauen und Vaterthemen lösen, die aktive Seite einmal angehen. Das ist ja auch unsere Pionierseite, die Seite in dir, die dir erlaubt, neue Projekte anzugehen bzw. auch dich selber im Positiven durchzusetzen. Und da haben wir natürlich den Vater als unser männliches Bild, als unser männliches Vorbild drinnen. Und da kannst du gleich einmal so ein bisschen in dich gehen, ein bisschen so die Gedanken schweifen lassen. Denk mal so an deinen Vater. Einfach mal ganz entspannt. Du kannst die Augen schon schließen, wenn du möchtest. Und stell dir einfach mal zu deinen Vater Ohr. Überleg mal. Egal, ob der jetzt noch lebt oder schon verstorben ist. Denk einfach mal dran, was hat denn dein Vater dir vermittelt? War der recht liebevoll? War der sehr streng? War der vielleicht nicht wirklich greifbar für dich? War der eher ein gestresster Typ? Oder selber eher ein passiver Typ, ein zurückgezogener Typ? Hast du das Gefühl, dass dein Vater zufrieden gewesen ist oder zufrieden ist? Hat er dir Zufriedenheit vermittelt? War das ein Vater, der sehr kritisch mit dir umgegangen ist? Also der sehr viel bemängelt, bekrittelt hat bei dir? Oder einer, der dich motivieren konnte, der gesagt hat, okay, du schaffst das, mach das mal, probier das mal aus. Also wie war denn das Gefühl oder wie ist denn das Gefühl deinem Vater gegenüber? Hast du das Gefühl, dein Vater hat dich verstanden? Wurdest du verstanden von deinem Vater? Ist der Vater die Person oder die männliche Person in deinem Leben, wenn du jetzt so die Handlungen deines Vaters dir anschaust, wie du auch handeln würdest? Oder hast du das Gefühl, du würdest Dinge anders machen? Das sind jetzt einfach mal ein paar so Gedankenbilder. Und wir beginnen jetzt diese Reise mit einem Danke an unsere Ahnen und vor allem an unseren Vater. Also vielen Dank, dass du in meinem Leben gewesen bist oder dass du in meinem Leben bist. Vielen Dank, dass du in meinem Leben bist. Ich liebe dich, ich ehre dich, ich achte dich. Ich erkenne dich als meinen Vater an. Du bist der Große und ich bin die oder der Kleine. Und nun, falls du deine Augen noch nicht geschlossen hast, dann schließe sie jetzt und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und spüre jetzt mal, dass um dich herum Verständnis aufgebaut wird. Und zwar nicht Verständnis von einer gewissen Person, sondern Verständnis als Energie. Ich verstehe dich, ich nehme dich wahr. Ich liebe dich. Also Verständnis, Liebe, Rückhalt. Geborgenheit, Vertrauen. Verständnis, Liebe, Rückhalt, Geborgenheit und Vertrauen werden um dich herum aufgebaut. Verständnis, Liebe, Rückhalt. Und erlaube jetzt einfach mal, diese Frequenzen zuzulassen. Und all diese Heilungsfrequenzen, Verständnis, Liebe, Vertrauen, Rückhalt, es fließt alles in dich ein. Und wir werden jetzt mal eine ganz große Fehleinschätzung lösen. Die Fehleinschätzung, ich bin alleine. Die Fehleinschätzung, du bist alleine. Die Fehleinschätzung, du musst Dinge selbst für dich machen oder entscheiden. Die Fehleinschätzung, du stehst alleine da. Und wenn du dich präsentierst, bist du das alleine. Also dieses Thema, ich bin alleine, ich bin zurückgelassen, ich bin verlassen. Ich bin klein, ich bin hilflos. Diese Fehleinschätzungen dürfen nun mal transformiert werden. Ich bin alleine, ich bin alleingelassen, ich bin im Stich gelassen. Und diese Fehleinschätzungen dürfen jetzt mal transformiert werden. Und nun fließt mal Heilung deines inneren Kindes in dich ein, in dein Nabelschakra ein. Denn da ist Enttäuschung, da ist Trotz, da ist Anspannung drinnen. Und da ist eben dieses Gefühl ganz tief verwurzelt, alleine zu sein. Aber spür mal, dass du nie alleine bist. Und dass es auch nicht darum geht, dass du dich exponierst, dass du jetzt etwas, dir eine Blöße gibst. Sondern es geht darum, dass du dein Licht lebst. Und das, was dich begleitet, würde niemals zulassen, dass du dich blamierst. Würde niemals zulassen, dass du dich lächerlich machst, dass du scheiterst, dass du klein bist. Oder du dich klein fühlst. Das, was bei dir ist, dieses Licht, diese Sicherheit, diese Stabilität, ist dein Begleiter, ist deine männliche Urkraft. Und diese männliche Urkraft kommt nicht etwa von deiner Vaterseite. Das ist der kleine Vater, der weltliche Vater. Diese Durchsetzungskraft kommt aus dem Göttlichen, aus deinem Innersten. Und diese Durchsetzungskraft erlaube nun einmal, dass sie sich ausbreitet. Und zwar ausbreitet über die Verletzungen, die Unsicherheiten, die Themen deines inneren Kindes hinaus. Du bist mehr als die Erfahrungen deiner Kindheit. Sprich das mal nach. Ich bin mehr als die Erfahrungen meiner Kindheit. Ich bin mehr als die Emotionen meiner Kindheit. Ich bin mehr als die Prägungen meines Vaters. Ich bin mehr als das, was mein Vater in mir gesehen hat. Und erlaube dir nun mal, diese Energie in dir zu aktivieren. Deine Durchsetzungskraft. Vielleicht hast du auch unbewusst Themen. Ich darf nicht erfolgreicher sein als mein Vater. Vielleicht hast du so ein Programm gespeichert. Weil der ja der Größte ist, dann kannst du nie größer werden. Dann erlaube dir auch, dieses Bild zu transformieren. Ich darf nicht erfolgreicher werden als mein Vater. Und nun spüre bitte, wie Kraft sich in dir aufbaut. Wie Energie in dir aktiviert wird. Wie diese männliche Kraft immer mehr wird. Diese aktive Seite. Und spüre, dass diese ungezügelte männliche Energie eine ganz andere Kraft ist als die, die du von deinem Vater kennst, als die, die du von deinen Ahnen mitbekommen hast. Ich lasse mich nicht mehr auf faule Kompromisse ein. Ich lasse auch nicht mehr zu, mein Licht unter den Scheffel zu stellen. Ich gehe über meine Unsicherheit, durch mein Unwissen hindurch, durch meine anfängliche Angst hindurch. Und ich gehe weiter. Und ich erlaube mir, mein Licht hier zu leben, zu 100 Prozent zu entfalten. Atme tief ein und wieder aus und noch mal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt mal, während du Schritt für Schritt nach vorne gehst, während du deine Energie ins Laufen gebracht hast, dass hinter dir wohlwollend, in Liebe deine männlichen Ahnen stehen, dich beglückwünschen, dass du diesen Sprung gewagt hast. Diesen Sprung raus aus der Illusion, raus aus diesen alten Mustern, raus aus allen Glaubenssystemen, in dein innerstes Licht, in deine Kraft, in deine Durchsetzung, in deine Freiheit rein. Und hier und heute spürst du, dass du die unsichtbaren Ketten abgelegt hast, die dich klein gehalten haben, die dich in der Sklaverei gehalten haben. Und du spürst, dass du eine positive Power und Durchsetzungskraft in dir aktiviert hast. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spür mal diese Kraft, diese Energie. Und spür mal diese Kraft, diese Energie. Du bist nun bereit, deine göttliche Vision zu empfangen und zu leben. Und atme jetzt noch mal tief ein und wieder aus. Spür die Kraft und die Energie. Und bedanke dich bei deinen geistigen Helfern, Führern. Bedanke dich bei deinem inneren Licht. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und sämtliche Türen nach hinten werden geschlossen. Sämtliche Glaubensmuster, die transformiert wurden, werden gelöscht. Und du spürst, dass du zu 100% in deiner männlichen, aktiven Energie stehst. Und du nimmst dir diese Kraft ins Hier und Jetzt zurück. Atme noch mal tief ein und wieder aus und streck dich durch. Und dann komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen. Wie ist es dir bei dieser Reise, bei dieser Meditation gegangen? Wir haben jetzt ganz stark so Vaterthemen aufgearbeitet, die aktive Seite. Beim nächsten Mal machen wir dann noch mal das Weibliche, die passive Seite durch. Und ja, ich freue mich auf deine Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal. Heile das Video. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020